Beim letzten Mal habt ihr was erfahren über Gesetze und Normen im Allgemeinen, vor allen Dingen über die europäische Gesetzgebung und was sie für Vorteile gebracht hat in Sachen Gesundheitsschutz, was natürlich auch Einfluss hat auf das, was wir in der Software-Ergonomie so machen müssen. Und es war schon sehr oft die Rede von der ISO-Norm 9241 oder der DIN-N-ISO 9241, wenn man es im ganzen Namen nennen möchte. Und die wollen wir uns jetzt nochmal ein kleines bisschen genauer angucken. Denn man sollte sich da, denke ich, auskennen. Der Teil 110 ist der, den wir uns gleich nochmal ganz besonders angucken wollen, aber auch über die restliche Norm sollte man Bescheid wissen. Die ISO 9241 hatte ursprünglich 17 Teile. Sie ist ja von Anfang der 90er Jahre, das habe ich beim letzten Mal erzählt. Und man hat damals schon festgelegt, dass man sich alle fünf Jahre jeden dieser Teile angucken wird. Und im Zweifelsfall Überarbeitungen vornehmen wird. Und wenn diese Überarbeitungen nötig sind, dann dauert so eine Überarbeitung in der Regel auch wieder fünf Jahre. Das heißt, das ist durchaus auch ein langsamer Prozess. Und es gibt jetzt Teile der Norm, die sind immer noch von Anfang der 90er. Andere Sachen sind von Anfang der 2000er. Es gibt aber auch Normteile, die sind vom letzten Jahr. Also das ist ganz unterschiedlich. Das macht es manchmal ein bisschen schwierig, weil dann, sagen wir mal, alte Normteile, die es noch gibt, auf andere alte Normteile verweisen, die es aber nicht mehr gibt. Also das ist manchmal ein bisschen schwierig da. Ihr könnt euch diese Norm übrigens herunterladen. Die hat mittlerweile erheblich mehr Teile als diese 17 auf der Website Perinorm. Ich blende das gleich mal hier ein. Dafür müsst ihr euch aber anmelden, nein, dafür müsst ihr euch im Netz der Universität Paderborn befinden. Das heißt, ihr müsstet entweder an die Uni gehen und das machen. Das würde ich im Moment vielleicht nicht tun. Sondern ihr macht einfach eine VPN-Verbindung an die Uni Paderborn und dann kommt ihr auf dieser Perinorm-Seite an diese Normteile ran. Den Teil 110 zum Beispiel mal runterzuladen und da mal reinzugucken, das kann eigentlich nicht schaden. Ist gar nicht schlecht, wenn man den mal hat. Die ganzen anderen Normteile, ja gut, man wird sie nicht alle brauchen. Ich habe die ausgedruckt, habe die im Büro liegen, ihr habt die nicht hier. Das ist durchaus so ein ganzer Stapel DIN A4-Zettel. Also lange Lektüre und die spannendste Bettlektüre ist es vielleicht nicht. Gut, genug der Applauderei, kommen wir zurück hier auf diese Norm. Wir haben hier die 17 Teile, ursprünglichen. Und die Norm hatte damals einen Titel und der Titel hieß Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten am Bildschirmgeräten. Das hat man geändert inzwischen. Man hat ja jetzt viele Überarbeitungen vorgenommen und hat dabei erstmal eine neue Nummerierung eingeführt. Die werden wir gleich sehen. Und man hat dabei auch den Titel geändert und hat da jetzt rausgemacht Ergonomie der Mensch-System-Interaktion. Das heißt, die Bürotätigkeit ist verschwunden und auch die Bildschirmgeräte sind verschwunden, weil auch andere Interaktionsarten jetzt drin sind. Also sowas wie Siri oder Amazon Alexa würde ja nicht unter Bildschirmgerät richtig passen. Und Bürotätigkeit auch nicht. Und auch zum Beispiel ein Fahrkartenautomat von der Bahn würde nicht unter Bürotätigkeit passen. Das hat man also geändert. Obwohl auch vorher man die Norm schon hätte darauf beziehen können. Aber der Titel ist dann halt entsprechend erweitert worden. Gucken wir mal, was passiert ist. Man hat eine neue Nummerierung eingeführt. Das habe ich schon gerade gesagt. Man hat so Nummernblöcke eingeführt, wenn man so will. Die Hunderter betreffen alle Software-Ergonomie im engeren Sinne. Dann gibt es die Zweihunderter, Prozesse der Mensch-System-Integration. Also es geht um Prozesse. Wie kriege ich das in einen Gestaltungs- und Entwicklungsprozess hinein? Dann die Dreihunderter, Anzeige- und anzeigebezogene Hardware. Also Bildschirm und alles, was so dazugehört. Naja, und dann habe ich den Rest jetzt mal alles zusammengefasst. 400er, 500er, 600er, 700er und 900er. Das ist alles Hardware- und Arbeitsplatz-Ergonomie. Teilweise sehr spezifisch. Also wenn man sich die 700er zum Beispiel anguckt, da geht es um ergonomische Normen für Leitzentralen. Also zum Beispiel so eine Steuerungszentrale von einem Kraftwerk. Da sind natürlich besondere Dinge zu bedenken, aber das ist für uns jetzt nicht interessant. Das steht für uns nicht an vorderster Stelle. Was machen wir jetzt? Jetzt sortieren wir doch mal die alten Normteile in diese neuen Nummernschemata ein. und fangen an mit dem Teil 1 und 2. An Teil 1 und 2 hat sich überhaupt nichts geändert. Die sind immer noch Teile 1 und 2 und sind auch noch nicht überarbeitet worden. Die stehen auch immer noch vorne voran, ohne in diese Nummernblöcke eingeteilt worden zu sein. Der Teil 3, Anforderungen an visuelle Anzeigen. Naja, das ist was, das hat natürlich was mit dem Bildschirm zu tun und das ist jetzt also bei den 300ern. Dann haben wir Teil 4, Anforderungen an Tastaturen. 5, Arbeitsplatzgestaltung. 6, Arbeitsumgebung. Das ist alles Arbeitsplatz- und Hardware-Ergonomie. Die tun wir alle mal hier unten mit rein. Teil 7, Anforderungen an visuelle Anzeigen. Reflexion. Gut, das ist also offensichtlich mal wieder was, was mit dem Bildschirm zu tun hat. Ja, und Teil 8, Anforderungen an Farbdarstellungen, habe ich gleich mitgenommen. Ja, auch das ist natürlich etwas, was mit dem Bildschirm zu tun hat. Anforderungen an Farbdarstellungen. Wo habe ich Farbdarstellungen, wenn nicht am Bildschirm? Teil 9, Eingabegeräte ohne Tastatur. Naja, die haben mir jetzt halt noch gefehlt. Maus und sowas war da sicherlich das, was im Vordergrund stand. Teil 10, Grundsätze der Dialoggestaltung. Das ist der Teil, den wir uns gleich noch genauer angucken werden. Der ist sehr allgemein, mit sehr allgemeinen Anforderungen, sehr allgemeinen Grundsätzen. Der gehört natürlich oben in den Bereich der Software-Ergonomie hinein. Dann kommt der Teil 11, Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit. Der ist nach wie vor außen vor geblieben, ist nicht einsortiert worden, bleibt als Teil 11 vorne bestehen. Jetzt kommt ein ganz großer Block. 12, 13, 14, 15, 16 und 17. Das sind alles besondere Aspekte dieser Software-Ergonomie. Also wie stelle ich Informationen am Bildschirm dar? Wie mache ich eine Benutzerführung? Also wie kann ich da durch das Programm hindurchkommen? Und 14, 15, 16, 17 sind alles besondere Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Ich kann also Menüs benutzen. Das steht in Teil 14. Ich kann Kommandosprachen nehmen. Shell, das ist in Teil 15. Direkte Manipulation in Teil 16. Das bedeutet im Prinzip, ganz vereinfacht gesagt, Drag & Drop. Alles, was mit Drag & Drop zu tun hat. Und 17 sind Bildschirmformulare. Und die kommen alle da oben mit hinein. So, jetzt räumen wir ein kleines bisschen auf. Wir gucken mal hier an, was wir von diesen ganzen Sachen, die hier drin sind, nicht brauchen. Weil wir uns ja um Software-Ergonomie kümmern. Wir nehmen, gucken mal bei den 300er rein. Naja, Reflektion an visuellen Anzeigergeräten, das ist keine Software-Ergonomie. Den Teil können wir einfach rauswerfen. Und was unten da steht, 400, 500, 600, 700 und 900, das kann alles weg. Das interessiert uns alles an dieser Stelle nicht. Sortieren wir mal ein bisschen um. Ja, was ist jetzt passiert? Es wurde ja überarbeitet, habe ich ja gesagt. Bei der Überarbeitung wurden Nummern geändert. Sonst würde das ja auch keinen Sinn ergeben mit 100er, 200er und 300er. Und das ist bei einigen Normenteilen schon passiert. Und einige sind noch nicht umnummeriert worden, haben also noch ihre alte Nummer aus dem alten 17-teiligen Kanon. Aus dem Teil 10 wurde 110. Aus dem Teil 12 sind zwei einzelne Teile geworden, 112 und 125. Das ist relativ häufiger mal gemacht worden, dass man gesagt hat, in dem ersten schreiben wir grundsätzliche Sachen und in dem zweiten konkretere. Naja, warum man es so gemacht hat, weiß ich auch nicht. Hat man sich was bei gedacht? Mich hat man nicht gefragt. Teil 13, 14, 15 und 16 sind noch nicht aktualisiert worden. Da hat man sich noch nicht dran begeben. Aber der Teil 17, Dialogführung mittels Bildschirmformularen, der ist schon mal neu geschrieben worden und auch stark geändert worden. Also wenn man das alte anguckt, dann hat man noch wirklich so eine 80er Jahre User Interface Idee mit einem Bildschirm, auf dem so Textzeichen verteilt wurden und wo man so Formulare wie so Suchformulare in großen Datenbankbeständen oder sowas ausfüllte. Und mittlerweile ist viel über Webformulare die Rede. Die haben ganz klar Pate gestanden bei der Überarbeitung. Da gibt es ein paar neue. Man hat ein paar neue Normenteile gemacht. Man hat den Teil 129 zum Beispiel eingeführt. Individualisierung. Wie kann ich mir meine Software anpassen? Darum geht es da. Den Teil 151. Klar, das World Wide Web. Anfang der 90er Jahre gab es das noch nicht. Und das hat natürlich nicht... Ja, es hat vor allen Dingen User Interfaces verändert. Aber es gibt auch User Interfaces extra für das World Wide Web. Und um die kümmert man sich in Teil 151. Teil 161 ist ein ganz eigenartiger Normteil. Es ist nämlich ein großer Katalog. Da steht dann sowas drin wie, das ist das Fenster. Und das Fenster besteht aus diesen und diesen Teilen. Und rechts ist die Scrollbar. Und die Scrollbar besteht wiederum aus diesen und diesen Teilen. Das ist also ein großer Katalog an User Interface Elementen. Wenn man sich den Katalog anguckt, dann hat man ganz stark den Andruck, der ist von Windows XP und Windows Vista inspiriert. Also ich denke, dass Microsoft einen großen Einfluss auf diesen Normteil gehabt hat. 171. Zugänglichkeit. Was ist Zugänglichkeit? Man sagt sonst oft Accessibility dazu im Englischen oder im Deutschen Barrierefreiheit. Also wie kann ich Nutzungsschnittstellen so gestalten, dass sie von jedem benutzt werden können? Was dann meint, vor allen Dingen von Leuten mit Behinderungen auch genutzt werden können. Also dass zum Beispiel jemand, der blind oder stark sehbehindert ist, auch Software benutzen kann. Oder jemand, der zum Beispiel gar keine Arme hat, trotzdem Eingaben machen kann in eine Software. Und da muss man ja Sorge für tragen. Das ist in dem Teil 171. In dem 200. Teil, da gab es bisher ja noch gar nichts. Der ist ja komplett neu. Teil 210. Da gibt es jetzt Prozess zur Gestaltung gebrauchstauglicher interaktiver Systeme. Also eine Norm, die erklärt, wie man diese ganze Ergonomie- und Gebrauchstauglichkeitsvorstellung in den Softwareentwicklungsprozess hineinbringt. Das steht in diesem Teil 210. Ja und dann haben wir noch unsere zwei übrig gebliebenen, teilweise Hardware-ergonomischen, aber auch Software-ergonomischen Bereiche. Also unten steht 3 und 8. Daraus sind auch wieder zwei Normteile geworden. Die sind allerdings nicht gleich aufgeteilt. Deswegen habe ich den Block jetzt mal so quer darüber gemacht. 300 und 303. Da steht viel drin, was Farbgestaltung vor allen Dingen angeht. Ja, wir können noch ein kleines bisschen aufräumen. Wir lassen nämlich einen Bereich wieder heraus, den ich gerade erst erläutert habe, nämlich den Teil 171, Zugänglichkeit und Barrierefreiheit, aus zwei Gründen. Der erste ist, eigentlich würde es sich gehören, dass wir dazu eine komplette eigene Vorlesung über ein ganzes Semester mal machen. Das Thema ist nämlich nicht ohne und das kann man nicht mal eben so ein bisschen nebenbei auch noch mit abfrühstücken. Ich werde allerdings am Ende des Semesters in so einer Ausblicksvorlesung ein bisschen was zur Ergonomie, äh zur Barrierefreiheit erzählen. Einfach damit ihr da so ein bisschen einen Einblick bekommen könnt und vielleicht wisst, wo ihr euch weiter informieren wollt. Aber umfangreich spreche ich nicht darüber. Und der andere Grund, warum wir die 171 hier loswerden, ist auch, dass sich die Gesetzgebung zur Barrierefreiheit, das ist in Europa die Barriere, nicht in Europa, in Deutschland, die Barrierefreie Informationstechnikverordnung, die bezieht sich nicht auf diesen Teil 171, sondern die bezieht sich auf die Web Content Accessibility Guidelines vom B3C, also eine andere Norm. Von daher ist diese 171 für uns nicht so wahnsinnig interessant. Wir nehmen sie also mal hier raus. So, das ist jetzt also der Teil, über dessen Inhalte wir uns im Prinzip innerhalb dieser Vorlesung unterhalten. Wir machen das nicht an dieser Norm, wir laufen nicht der Norm entlang, aber viele der Sachen, die in der Vorlesung angesprochen werden, finden sich darin wieder, teilweise auch detaillierter. Also, wenn ihr zum Beispiel diese Teile anguckt, 14, 15, 16, da werdet ihr teilweise genauere Bestimmungen und auch viel mehr Alternativen finden als die, die wir hier besprechen. Wir reden zum Beispiel in einer Vorlesung durchaus umfangreich mal über Menüs, aber nicht in allen möglichen Schattierungen von Menüs, die es dann da gibt. Die sind aber in diesem Teil 14 genannt, zumindest alle die, die es zum damaligen Zeitpunkt so gab. Ja, das nur mal als Überblick über die Norm als Ganzes und jetzt noch mal etwas genauerer Einblick in den Teil 110, der ja da gleich als oberstes steht und den schönen Titel hat Grundsätze der Dialoggestaltung. Der Begriff Dialoggestaltung ist irgendwie noch altmodisch geblieben. Das ist eigentlich ein Begriff aus den 70er und 80er Jahren, der irgendwie Mitte der 90er dann so ein bisschen, ja, wieder abhanden gekommen ist, dass man von einem Bildschirmdialog gesprochen hat. Im nächsten Video wird es nochmal um die Dialogmetapher gehen. Da werdet ihr vielleicht sehen, warum. Also, dass man nicht von Dialogen mehr spricht. Stellt euch einfach jetzt immer vor, wenn da steht Dialog, dass das einfach der Ablauf des Nutzungsprozesses ist. Also, wie ich am Bildschirm interagiere. Das ist damit gemeint. Dies ist die Übersicht dieser sieben Kriterien oder Grundsätze sind es ja. Ich will jetzt gar nicht hier über diese Übersicht sprechen, sondern wir gehen die tatsächlich einfach mal der Reihe nach durch, so wie sie auch in der Norm stehen. Und in der Norm steht jeweils natürlich eine Beschreibung, was dieses Kriterium bedeutet und dann stehen da so Unterkriterien und zu diesen Unterkriterien stehen dann wiederum Beispiele. Und von den Beispielen habe ich hier immer ein paar aufgeführt und die blau-ummalten sind die, über die ich kurz sprechen möchte. Weil über alle Beispiele sprechen, dann würden wir jetzt hier noch Tage sitzen. Also, ich würde hier Tage sitzen und ihr müsstet es euch tagelang anhören. Das muss ja nicht sein. Ist schon lang genug. Aufgabenangemessenheit. Ein interaktives System ist Aufgabenangemessen, wenn es den Benutzer unterstützt, seine Arbeitsaufgabe zu erledigen. Das heißt, wenn Funktionalität und Dialog auf den charakteristischen Eigenschaften der Arbeitsaufgabe basieren, anstatt auf der zur Aufgabenerledigung eingesetzten Technologie. Wichtig ist, was hier in Fett steht. Es geht hier um die charakteristischen Eigenschaften der Arbeitsaufgabe. Diese Forderung nach Aufgabenangemessenheit, dieser Grundsatz, da ist die ISO wirklich richtig stark. Auch in ganz vielen anderen Bereichen geht es immer um Analyse der Aufgabe oder Analyse des Nutzungskontextes, was oft auf das Gleiche hinausläuft. Gucken wir uns die beiden Beispiele mal an. Bei einem Fahrkartenautomaten in einem Bahnhof, bei dem festgestellt wurde, dass Bahnreisende üblicherweise ihre Reise dort beginnen, ist dieser Bahnhof als Abfahrtsbahnhof zum Dialogbeginn voreingestellt. Gut, das setzt so ein bisschen voraus. Ich habe offensichtlich mal eine Analyse gemacht der Aufgabe. Nämlich, ich habe geguckt, aha, an diesem Bahnhof ist das offensichtlich so. Könnte sein, dass es an anderen Bahnhöfen anders ist. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber zumindest ist es so formuliert, dass man das annehmen kann. Zweiter Teil, ein Softwarepaket für die Verwaltung von Geschäftskontakten, das Eingabefelder sowohl für Postleitzahlen wie auch für Städte hat, zeigt automatisch die Stadt auf der Grundlage der Postleitzahl an und umgekehrt, um unnötige Dialogschritte zu vermeiden. Gut, dieses und umgekehrt funktioniert heute nicht mehr, zumindest nicht in Deutschland, weil wir ja in einer Stadt mehr als eine Postleitzahl haben. Zumindest können wir dann nicht so ein genaues Matching machen. Aber ich nehme mal nur die eine Richtung, Postleitzahlort. Ja, ist ähnlich, aber nicht ganz das Gleiche. Denn wenn ich aus der Postleitzahl den Ort zu 100 Prozent schließen kann, dann habe ich ja eigentlich keine Notwendigkeit, überhaupt jemals etwas anderes einzugehen. Das heißt, ich brauche eigentlich auch keine Aufgabenanalyse zu machen, sondern die Daten an sich geben das schon her. Die Datengrundlage gibt her, dass ich das eine aus dem anderen schließen kann. Na gut, aber trotzdem, beides Aufgabenangemessenheit, damit kann man gut leben. Selbstbeschreibungsfähigkeit. Ein Dialog ist in dem Maße selbstbeschreibungsfähig, in dem für den Benutzer zu jeder Zeit offensichtlich ist, in welchem Dialog, an welcher Stelle im Dialog er sich befindet, welche Handlungen unternommen werden können und wie diese ausgeführt werden können. Scheint was mit Orientierung zu tun zu haben. Wo bin ich in dem ganzen Ablauf? An welcher Stelle von dem Ganzen? Was kann ich hier tun? Und wie kann ich es tun? Ja, das hat was mit Orientierung zu tun. Gucken wir uns die beiden Beispiele an. Eine E-Commerce-Anwendung zeigt dem Benutzer deutlich alle erforderlichen Schritte an, die ausgeführt werden müssen, um ein Produkt zu bestellen. Der Dialog zeigt dem Benutzer stets eindeutig an, in welchem Dialogschritt er sich gerade befindet. Kann man sich jetzt richtig Amazon vorstellen. Sie sind gerade hier an dieser Stelle und jetzt müssen Sie noch bezahlen. Das steht dann da oben und so wird man da durchgeleitet. Okay. Nächster Punkt. Ein Software-Paket zum Abspielen von DVDs auf Computern stellt Schaltflächen mit Symbolen zur Verfügung, die die eingeführten Tasten für Abspielen, Stopp, Pause, schneller Vorlauf und so weiter darstellen. Das ist aber komisch. Was hat denn das mit Selbstbeschreibungsfähigkeit zu tun, so wie es da oben beschrieben ist? Also in welchem Dialog, an welcher Stelle, welche Handlungen und wie? Hier geht es doch darum, dass ich mich an eine Konvention halten soll. Dass da steht, ja, also dass da die typischen Zeichen drauf sind. Also das Dreieck für Play oder das Rechteck für Stopp. Das hat doch mit dem da oben gar nichts zu tun. Das würde viel eher passen zu dem Nächsten, zur Erwartungskonformität. Gucken wir da mal rein. Ein Dialog ist erwartungskonform, wenn er den aus dem Nutzungskontext heraus vorhersehbaren Benutzerbelangen sowie allgemein anerkannten Konventionen entspricht. Gut, jetzt haben wir zwei Sachen da drin. Das erste ist der Nutzungskontext. Da könnten wir wieder sagen, naja, aber wenn das das ist, dann können wir das doch auch der Aufgabenangemessenheit zuordnen. Dann braucht das doch nicht hier stehen bei Erwartungskonformität. Das bräuchten wir doch nicht. Und dann bleiben noch die anerkannten Konventionen. Gut, das wäre das jetzt gerade gewesen mit dem Play und dem Stopp. Eine Anwendung für die Abwicklung von Bankgeschäften nutzt bankenübliche Begriffe wie Überweisung und Girokonto. Das ist genau das, wo ich sagen würde, Aufgabenangemessenheit. Wenn ein Benutzer auf Internetseiten eines Reisebüros nach verfügbaren Flügen sucht und die Suchen-Taste betätigt, wird angezeigt, dass der Suchvorgang läuft, aber bedingt durch die große Zahl von Kunden, die gerade online sind, 60 Sekunden bis zur Anzeige der Suchergebnisse vergehen können. Ist das was, was aus dem Nutzungskontext heraus vorhersehbar ist? Ach, eigentlich nicht. Also wenn es lange dauert, da sollte immer irgendwie eine Anzeige kommen, egal in welchem Nutzungskontext. Und hat das was mit anerkannten Konventionen zu tun? Eigentlich auch nicht. Diese Sache da, dass das passiert, das ist doch ganz was anderes. Das passt doch hier eigentlich gar nicht hin. Das passt gar nicht richtig zur Erwartungskonformität. Das würde besser eigentlich doch hier auf die Selbstbeschreibungsfähigkeit wieder hingepasst haben. Es beschreibt halt, was gerade passiert, wo ich mich befinde und wie es weitergehen kann. Aber es ist hier bei der Erwartungskonformität eingeordnet. Nächster Punkt, Lernförderlichkeit. Ein Dialog ist lernförderlich, wenn er den Benutzer beim Erlernen der Nutzung des interaktiven Systems unterstützt und anleitet. Es geht also irgendwie darum, dass man es auch erlernen kann, das Ganze, was man macht. Natürlich wichtig. Ein Softwarepaket erklärt die Benutzung einzelner Menüpunkte, wenn der Benutzer die zugehörige Hilfetaste drückt. Ja, aber warum ist das denn nicht Selbstbeschreibungsfähigkeit? Denn da stand doch drin, dass jeweils klar ist, wie die nächsten Handlungen durchgeführt werden können. Da würde das doch genau hinpassen. Ein Zeitplanungssystem für die Auslieferung von Waren erlaubt es dem Benutzer, Änderungen im Zeitplan auszuprobieren und nachhaltige Auswirkungen erkennen zu können, ohne die Änderung im System zu übernehmen. Das bedeutet, man kann so eine Art Trial und Error machen, also vielleicht ein Undo oder ich kriege eine schöne Vorschau. Warum ist das denn nicht auch entweder Selbstbeschreibungsfähigkeit, dass ich also genau beschrieben kriege, welche Handlungen möglich sind, das stand da ja, oder Steuerbarkeit, was als nächstes kommt, dann würde nämlich ein Undo auch drunter fallen, dass ich irgendwie auch rückwärts gehen kann in meinem Fortlauf. Steuerbarkeit. Ein Dialog ist steuerbar, wenn der Benutzer in der Lage ist, den Dialogablauf zu starten sowie seine Richtung und Geschwindigkeit zu beeinflussen, bis das Ziel erreicht ist. Ein Telefon, das die Telefonnummer eines ankommenden Rufs zeigt, bietet die Möglichkeit, diese Nummer gemeinsam mit dem Namen des Anrufers direkt dem Telefonverzeichnis hinzuzufügen. Aufgabenangemessenheit meiner Meinung nach, denn das ist etwas, was man daraus offensichtlich schließt, dass das häufig gewünscht ist, dass man das macht. Beim Registrieren einer eingehenden Zahlung mit einer Buchhaltungssoftware wählt das interaktive System automatisch die ältesten unbezahlten Rechnungen des Kunden für den Ausgleich durch diese Zahlung aus. Es erlaubt dem Benutzer aber auch, andere Rechnungen dieses Kunden für den Ausgleich durch diese Zahlung auszuwählen. Erstmal inhaltlich schwierig, dass das System das automatisch macht. Gut, das müsste dann Aufgabenangemessenheit sein, wenn das nun mal in dieser Firma so ist, dass das da so sinnvoll ist. Und dann bleibt noch der zweite Teil, dass man das aber überschreiben kann. Also, dass man sagen kann, ja, das ist eine Vorauswahl, aber ich kann auch selber beeinflussen, welche Zahlung ausgeglichen werden will. Das würde jetzt gut passen unter die Steuerbarkeit, finde ich. Fehler-Toleranz, meiner Meinung nach eines der kritischsten Kriterien, einer der kritischsten Grundsätze. Ein Dialog ist Fehler-Tolerant, wenn das beabsichtigte Arbeitsergebnis trotz erkennbar fehlerhafter Eingaben entweder mit keinem oder minimalem Korrekturaufwand seitens des Benutzers erreicht werden kann. Fehler-Toleranz wird mit den Mitteln erreicht, Fehlererkennung und Vermeidung, Schadensbegrenzung, Fehlerkorrektur oder Fehlermanagement, um mit Fehlern umzugehen, die sich ereignen. Gut, gucken wir mal. Ein Druckdialog für ein Dokument mit 35 Seiten erlaubt es dem Benutzer, lediglich Seitenzahlen im Bereich 1 bis 35 einzugeben. Ja, das bedeutet, ich kann gar keine Fehler machen, weil wenn ich das gar nicht anders eingeben kann, kann ich eigentlich keine Fehler machen. Das würde ich dann, dann ist ja gar kein Fehler da, dann kann man eigentlich auch nicht von Fehler-Toleranz sprechen, meiner Meinung nach. Wenn ich eine falsche Eingabe machen kann, die dann trotzdem ausgeführt werden kann und zwar korrekt, so wie es da oben steht, also eine Eingabe, die ohne Korrektur, ohne notwendige Korrektur dann doch durchgeführt werden kann. Ja, wieso war sie denn dann eigentlich ein Fehler? Verstehe ich eigentlich gar nicht. Dann war es ja nur eine von mehreren Möglichkeiten der Eingabe. Gucken wir uns das zweite Beispiel mal noch an. In einer Rechtschreibprüfung werden fehlerhafte Wörter markiert. Die Rechtschreibprüfung bietet die Auswahl eines oder mehrerer Versionen des falsch geschriebenen Wortes, wobei der Benutzer die Möglichkeit hat, die andere korrigierte Version des Wortes einzugeben. Das irritiert mich jetzt total, denn dass ich in der Rechtschreibprüfung was eingebe und die Rechtschreibprüfung dann sagt, oder nicht in der Rechtschreibprüfung gebe ich das ja nicht ein, sondern ich gebe es ja in dem normalen Text ein, und die Rechtschreibprüfung sagt dann, da liegt eventuell ein Rechtschreibfehler vor, ist doch gar keine Fehleingabe im Sinne einer fehlerhaften Programmnutzung, sondern es ist doch dann gerade die Funktionsweise der Software, die sich jetzt nun mal zufällig auf inhaltliche Fehler bezieht. Das beides in eins zu schmeißen, halte ich für kritisch. Das letzte, Individualisierbarkeit. Ein Dialog ist individualisierbar, wenn Benutzer die Mensch-System-Interaktion und die Darstellung von Informationen ändern können, um diese an ihre individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse anzupassen. Okay, es geht um individuelle Fähigkeiten und Bedürfnisse. Gut, gucken wir uns die Beispiele an. Die Empfindlichkeit eines Zeigergerätes kann nach den individuellen Benutzerbedürfnissen eingestellt werden. Ja, das ärgert zum Beispiel viele, dass man das beim Apple Macintosh nicht kann, dass die Geschwindigkeit des Mauszeigers immer gleich ist und man da nicht irgendwie, also mich stört es gar nicht, aber einige sagen dann, das passt mir gar nicht, es ist mir viel zu langsam. Ich will eine stärkere Beschleunigung haben. Das passt gut hierher. Gut, okay, weiter. Ein Fahrkartenautomat in einem Bahnhof, schon wieder, erlaubt es dem Benutzer, Bahnhofsnamen entweder direkt einzugeben oder aus einer Liste auszuwählen. Ja, aber jetzt passt das nicht zu dem, was da oben steht, weil da ist gar keine Anpassung drin. Denn wenn ich entweder das eine oder das andere machen kann, mir also beides angeboten wird, das ist natürlich gut. Das empfehlen wir sogar auch. Aber es ist nicht dementsprechend, was da oben steht. Es geht gar nicht um Anpassung, sondern es hat dann eine, naja, höhere Heterogenität. Es sind mehrere Möglichkeiten gleich von vornherein gegeben. Wie kommt das? Was ist jetzt hier los? Ich habe da jetzt einiges kritisiert. Wieso ist das so komisch? Das hängt damit zusammen, wie diese ISO-Norm entstanden ist oder beziehungsweise wie diese Grundsätze der Dialoggestaltung entstanden sind. Das kann man mal sich vereinfacht so vorstellen. Ich frage euch jetzt alle, was für Probleme habt ihr mit der Bedienung von Software schon gehabt und ihr schreibt mir das mal alle auf. Dann sammle ich das ein und habe dann hoffentlich so riesige Haufen, sagen wir mal, ihr habt es alle auf einen Zettel geschrieben, aber das ist riesige Haufen Zettel. Und was mache ich jetzt? Jetzt versuche ich mal zu klastern und mache dann so dieses, das hat alles mit Fehlern zu tun, dieses alles mit Individualisierung zu tun. Dann habe ich mehrere so Häufchen und über diese Häufchen schreibe ich dann diese Begriffe drüber. Was ich dann habe ist, ich habe mehrere Sachen zusammengepackt, die unter einen bestimmten Oberbegriff passen. Aber das ist eigentlich auch das Einzige, was die miteinander zu tun haben, dass sie unter diesen Oberbegriff passen. Das heißt, es sind dann Sachen zusammengekommen, die kann man alle Fehlertoleranz nennen zum Beispiel, aber sie sind eigentlich ganz verschiedene Dinge. Und das ist so ein bisschen das Problem dieser Grundsätze der Dialoggestaltung. Ich kann da nämlich nicht gut nach gestalten. Kommen wir gleich darauf zurück. Wo die ISO-Norm wirklich stark ist, ist alles, was mit dem Nutzungskontext zu tun hat. Und das ist auch das, was an jeder Ecke vorkommt. Also die Aufgabenangemessenheit ist gut beschrieben. In jedem anderen dieser Kriterien, Grundsätze, kommt der Nutzungskontext wieder vor. Und auch in den Einschränkungen, die hier selbst beschrieben werden, steht, man muss immer den Nutzungskontext betrachten und dann im Zweifelsfalle einfach mal sagen, dieser Grundsatz ist jetzt hier nicht so wichtig. Also ganze Grundsätze sind manchmal nicht wichtig, wenn der Nutzungskontext nahelegt, dass es nicht wichtig ist. Naja, schwierig, ne? Also dann kann man sagen, gut, in dem Teil sind sie wirklich richtig stark. Da gibt es ja sogar noch einen eigenen Normenteil dazu, wo das herausgearbeitet wird, wie diese Nutzungskontexte erhoben werden können. Aber so allgemein mit dem ganzen Rest ist es ein bisschen schwierig. Die Sachen sind nicht sehr trennscharf. Das kann aber passieren, dass man Sachen hat, die nicht trennscharf sind. Aber subsummiert, wie ich das gerade schon sagte, in diesen Häufchen oder in diesen Töpfen sind halt ganz viele verschiedene Gestaltungsmaxime aus verschiedenen Gestaltungsbereichen. Und das ist echt ein Problem. Das bedeutet, ich kann eine Checkliste nehmen und kann sagen, oh, hier habe ich ein Problem in der Software. Woran liegt das? Aha, nicht Aufgaben angemessen. Aha, nicht erwartungskonform. Das kann ich machen. Ob es immer eindeutig ist, sind wir dahingestellt, aber ich kriege das hin. Und kann dann immer sagen, ihr habt das und das verletzt. Das ist ja auch etwas, wofür die ISO-Norm gut ist, wofür sie auch da ist, dass ich dagegen zertifizieren kann, dass ich sagen kann, hier bitte, hier ist die Software, hier sind die Kriterien und dann mache ich so Checklisten. Aber was ich wirklich schlecht machen kann mit der ISO-Norm, ist gestalten. Ich kann nicht hingehen und sagen, ich nehme diesen Grundsatz zur Dialoggestaltung und gestalte jetzt damit. Es funktioniert einfach nicht besonders gut, denn es sind so viele Sachen ineinander gemischt an dieser Stelle und ich wage mal einfach, das so frech zu behaupten, dass die Forderungen an ergonomische Gestaltung, die in dieser Vorlesung noch präsentiert werden, werden in den nächsten Wochen besser geeignet sind, um nach ihnen zu gestalten. Aber das gilt es abzuwarten und dieses Video ist jetzt zu Ende. Danke sehr.